M-Spa ist eine der führenden Marken für aufblasbare Whirlpools. In diesem Video werfen wir einen Blick auf eines der beliebtesten Modelle, den M-Spa Tecapo. Der Tecapo ist sowohl in einer Version für 4 als auch für 6 Personen erhältlich. Die Tecapo Serie zeichnet sich durch erstklassige Funktionalität zu einem vergleichsweise niedrigen Preis aus. Trotzdem findest du, wie bei allen Premium Whirlpools von M-Spa, praktische Wasserpflegefunktionen, ein umfassendes Luftdüsenmassagesystem, einen eingebauten Frostschutz und eine zuverlässige, schnell reagierende Heizung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Tecapo weniger kostet als die meisten seiner Konkurrenten. Wie wir bereits erwähnt haben gibt es den M-Spa Tecapo als 4 und als 6 Sitzer. Das Modell für 4 Personen hat eine Größe von 158 x 158 cm, während das Modell für 6 Personen 185 x 185 cm misst. Durch die quadratische Form ist er optimal geeignet, auch für schwierige Platzverhältnisse im Innen- und Außenbereich, zum Beispiel auf Balkonen und Terrassen. Wenn du diesen Whirlpool mit einer Gruppe Erwachsener genießen willst, solltest du die Kapazität auf 5 Personen für den 6 Sitzer und 3 Personen für den 4 Sitzer begrenzen, um genügend Platz für alle zu haben. Die auffällige blaue Auskleidung des Tecapo ist nicht nur show, das weiche PVC-Material ist sehr bequem und bietet eine angenehme Oberfläche, die verhindert, dass man mit der Haut an den Wänden kleben bleibt. Der gepolsterte Boden ist bequem genug für kürzere Badezeiten von 1 bis 2 Stunden, aber wenn du dich länger im Tecapo aufhalten möchtest, empfehlen wir dir ein paar zusätzliche Sitzkissen, die optional erhältlich sind zu kaufen. Das Aufbauen dieses Whirlpools ist ganz einfach und ohne Werkzeug oder technisches Know-how möglich. Du musst nur den Aufblasschlauch anbringen und einen Knopf drücken, um die in der Pumpe integrierte automatische Aufblasfunktion zu nutzen. In weniger als 10 Minuten ist dieses Modell dann aufgepumpt und befüllbar. Der Tecapo aufblasbare Whirlpool von M-Spa ist vollgepackt mit Hightech-Hygiene- und Sicherheitseinrichtungen, die deine Familie schützen und die Reinigung und Wartung des Whirlpools so einfach wie möglich machen. Besonders gut gefällt uns das intelligente Filtersystem, das sich alle 8 Stunden automatisch für eine Stunde einschaltet, um das Wasser von Verunreinigungen zu befreien. Außerdem gibt es einen Ozongenerator, der, wenn er vor dem Baden für 10 Minuten eingeschaltet wird, alle Bakterien im Inneren des Tecapo abtötet. Unterstützt werden diese Funktionen durch ein UVC-Desinfektionsgenerator und eine antibakterielle Auskleidung, die in die Hülle eingenäht ist. All diese Funktionen sorgen dafür, dass du weniger Chemikalien einsetzen musst, damit deine Gäste so sicher wie möglich sind. Sobald der Whirlpool gefüllt und aufgeheizt ist, wird diese unkomplizierte Funktionalität durch die intuitive, kabelgebundene Steuerung des Tecapo fortgesetzt, die es dir ermöglicht, die Düsen zu aktivieren, die Heizung einzuschalten und den Energiespartimer einzustellen, ohne das Wasser zu verlassen. Deshalb sind wir der Meinung, dass dieser Whirlpool perfekt auch für Whirlpool-Neulinge geeignet ist, die einfach nur mit minimalem Aufwand in den Whirlpool steigen wollen. Der Tecapo ist recht sparsam im Betrieb. Die 108 bzw. 132 Düsen arbeiten zwar nur mit einer Geschwindigkeit, sodass du deinen Energieverbrauch nicht ganz kontrollieren kannst. Allerdings verbraucht das Massagesystem ohnehin nicht viel Strom und die energiesparende Zeitschaltohr trägt sicherlich dazu bei, dass keine übermäßigen Stromrechnungen anfallen. Die dunkle Beschichtung des Tecapo trägt außerdem dazu bei, dass sich der Whirlpool bei direkter Sonneneinstrahlung schneller aufheizt. Stell den Whirlpool also nach Möglichkeit an einen sonnigen Platz in deinem Garten. Filterpatronen und Poolchemikalien müssen ebenfalls in die Kosten einbezogen werden. Dennoch sind wir vom Filtersystem und dem Ozongenerator des Tecapo sehr angetan, der den Bedarf an Chemikalien durch die Aktivierung dieser Funktionen merklich senkt. Leider verfügt der M-Spa Tecapo nicht über die Flüsterleisepumpe, mit der viele der Premium-Modelle dieser Marke ausgestattet sind, und ist daher etwas lauter. M-Spa hat dieses Modell mit seiner Antifrost-Technologie ausgestattet, damit du ihn auch im Winter nutzen kannst. Wenn das Gerät über Nacht eingeschaltet ist, verhindert es das Einfrieren des Wassers. Allerdings hält es die Wassertemperatur nur auf bis zu 3 Grad, so dass die täglichen Aufheizzeiten etwas länger dauern können. Der Tecapo ist mit einem Fi-Fehler-Stromschutzschalter ausgestattet, der den Stromkreis sofort unterbricht, falls Wasser mit den stromführenden Kabeln im Inneren des Whirlpools in Berührung kommt. Alle elektrischen Komponenten des Whirlpools sind gegen leichten Regen geschützt und verfügen über die Schutzklasse IPX5. Außerdem gibt es einen Deckel mit einer Kindersicherung an den Verschlüssen, um den Whirlpool während der Lagerung zu sichern und ein versehentliches Stolpern oder Hineinfallen ins Wasser zu verhindern. Die Bewertungen des M-Spa Tecapo sind überdurchschnittlich gut, und Besitzer geben an, dass die Sprudeldüsen sehr leistungsstark sind und auch die Wärme gut gespeichert wird. In vielen Kommentaren wird auch erwähnt, wie hilfreich der Kundenservice war, wenn es ein Problem oder einen Fehler mit dem Whirlpool gab. Der selbst aufblasende Tecapo ist einer der preiswertesten 4 bzw. 6 Personen Whirlpools auf dem Markt und verfügt über Funktionen, die man normalerweise nur bei teureren Modellen findet. Mehr als 100 Düsen sorgen für ein belebendes Massageerlebnis und das Wasser kann auf bis zu 40 Grad erwärmt werden. Wir sind der Meinung, dass der M-Spa Tecapo der ideale Whirlpool für Einsteiger ist. Er ist einfach aufzubauen, leicht zu bedienen und die vielen Hygienefunktionen machen die sichere Pflege des Whirlpools zu einem Kinderspiel. Der Tecapo ist zu einem Preis erhältlich, der deinen Geldbeutel nicht sprengt, wobei du nicht auf Qualität verzichten musst, wenn du dich für diesen erschwinglichen Whirlpool entscheidest. Der Preis des M-Spa Tecapo liegt je nach Größe zurzeit bei 380 bzw. 450 Euro für Neuware, ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis wie wir finden. Warehouse-Deals haben wir nicht gefunden, fügen aber einen Link in die Videobeschreibung ein, falls diese wieder vorhanden sein sollten. Falls du nicht weißt was Warehouse-Deals sind, kannst du es in der Videobeschreibung lesen. Das war's mit unserem Video über den M-Spa Tecapo Whirlpool. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den M-Spa Tecapo Whirlpool zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum M-Spa Tecapo Whirlpool haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.